Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf kleines Land von Kalle den Supermapper. Habe ich doch glatt die letzte Folge vergessen, ne? Die Map ist von Kalle den Supermapper. Ja, lange Rede, guter Sinn. Wollen wir mal ein bisschen Hafer im Boden drücken, ne? Habe ich ja total vergessen, wir müssen ja noch Hafer sehen. Der IAC-Punkt gerade ist fast voll. Dunkelman ist noch am Grubbern. Siehst du, warte an, selben ist schon eine Ecke. Schittertopp. Hier mit unserem schicken Fan. Ne, eben Klimaanlage anmachen. Jetzt ist es halt wieder so warm, ne? Na, nehmen wir auf hier. Hey, Svenni, Alter, ist sie gelegt. Oh, 13,5. Können wir fahren mit unserem alten Geschoss? Hafer, hatte ich gesagt, ne? Hafer müssen wir drinnen wegen der Pferde, ne? Die brauchen ja auch mal ein bisschen Liebe, ein bisschen Hafer. Ja, die Liebe kriegen die zwar nicht von mir, aber den Hafer, ne? Arbeitsteilung. Die Liebe kriegen die von euch und den Hafer von mir, ne? Die ist doch nett geteilt, die Arbeit, oder? Ja, so ist das, liebe Leute. Guck mal da. Irgendwie schöne Klimaanlage, ne? Fenster auf, muss, Tür auf. Raus auf dem Acker. Ist warm in Deutschland. Zwar nicht bei uns, aber hier in Klein. Auf kleines Land. Wie heißt denn die City hier, Kalle? Oder das Dörfchen? Ich weiß ja nicht, wie das hier heißt. Kleines Land. Kalestadt. Kennt ihr Kalestadt? Das ist ein nettes Örtchen hier. Kalle-Stadt. Da, Kalle, wo da? Das ist hier der Wollhändler. Mach mal runter, der Püse. Und Gas. Boah, ist doch schicki fein hier, der Fendt, ne? Ja, mal ganz ehrlich, ne? Es gibt schon schicke Schlepper in der L.S. Aber meistens die Youngtimer, ne? Kann auch sein, weil man damit aufgewachsen ist. Aber ich liebe die Youngtimer. Ein bisschen in Getriebe rumrühren. Gehört einfach dazu lieber. Muss sie heutzutage schon haben. Getriebe. Ja, Reporter. Hier auf Kalle-Stadt. Oder in Kalle-Stadt. So. Und Feuer frei. Muss schon haben, so'n Schlepper. Ganz so ähnlich mit vorn, ne? Gefällt mir. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das gefällt mir richtig gut. Freude gerecht. Freude gerecht. Freude mir, der feinde gerecht. Wie der Wuppi-Zuppi-Jeder ist drin, da brauchst du nicht mehr dafür, ne? Müssen wir mal kicken, ne? Das wird das jetzt hier erstmal alle fertig kriegen. An Start, richtig. Müssen wir ja auch noch umkräuteln. Gegen umkräuteln müssen wir auch noch, ne? Dünger-Streu mal raus holen. Obwohl, ne. Dünger-Streu aber nicht so ein Boot. Vorm Gülle. Vorm Gülle. Passt noch, ne? Oh, dicke. 10 Meter Platz zwischen. Ne bloß. Ich muss dem einen Zuschauer gleich noch einen Kommentar schreiben, ne? Richtig. Muss ich gleich noch machen. Ab und zu muss man auch mal den Zaun vom Fendt genießen, ne? Oder was mein eh. Guck mal, das Mittagstid hier. Ich bin schon eigentlich langsamer vorne, ne? Aber hier auf kleines Land, die haben schon Verständnis, wenn du da mal andrillen bist in der Mittagstid, ne? Dann ist die Mittagstunde halt nicht so lang bei denen. Haben die schon volles Verständnis hier. Oh, hier noch hinten dran lang? Oh Gott. Was? Oh, wie drinnen, ne? Guck mal, wie drinnen. Auf kleines Land. Da müssen wir auch noch Grasmähen für Heu, ne? Brauchen wir noch Heu? Oder müssen wir Silagen machen? Also hier, wo haben wir ja eigentlich gemacht? Können die BGA mal wieder befüttern, ne? Geht hier eigentlich der Helfer? Hier geht der. Komisch. Ja, komm, füttern wir eben die BGA. Jetzt vergesse ich das wieder. Nee, ist gar nicht angegangen. Wir haben doch mal ein bisschen. Wollen wir auch noch? Das läuft. Ja, unser nettes Silo, ne? Der rennt da auch noch. Ich hab echt vergessen, die BGA zu füttern, die ganze Zeit, ne? Ganz vergessen. Da rein muss doch was rein. Sightseeing-Tour mit dem Lanz, wer? So, mehr passt da jetzt wieder in die Rinde, ne? Das ist nicht so eine Riesen-BGA. Können wir mal zu den Pferdegucken fahren. Vor allen Dingen können wir mal Mist nachfüllen an der Gewächshäuse. Wenn wir gerade den Lanz schon anhaben. Das können wir eben machen, ne? Ne, denn der Cursor-Play läuft das. Und da hinten läuft der Helfer jetzt. Ist der schon fertig? Oder hat der das scheiße gesehen? Oder täuscht das? Ne, der täuscht. Hat er doch einigermaßen ordentlich gemacht, ne? Oder versuchte zumindest. Dann bin ich ja beruhigt. So, jetzt ab vor zu die Gewächshäuser, ne? Das ist schlimm, ne? Du musst immer nachklotzen, was das Personal macht. Oh, ach scheiße. Nicht mit Vollgas um die Kuchen fahren. Das mag der Lanz nicht, ne? Was ist denn hier? Das läuft ja auch. Ich bin wie im Mist noch. In den Gewächshäuser. Das können wir da noch Wasser nachfüllen müssen. Ist ja Mist. Oh, da ist ja Mist. Ist ja, wir haben doch so ein bisschen Kanäte gehört. Cheat. Viel musst du bestimmt nicht rein. Gibt ja entweder noch Vollsäure. Ne, fast alle. Ich hab gar nicht. Ist ja mindestens eine rein. Klaas, gut, dass wir geguckt haben. Alles gut, kein Nickel-Shit hier ist fast alle hier. Muss ich bei den Kanäkelzüchtern nochmal wieder anrufen, ne? Gibt die uns noch so ein bisschen was vorbeibringen? Ne, zwei reichen. Irgendwas ist ja immer, ne? Vielleicht sollten wir mal ins Hanf-Business einsteigen. Vielleicht kannst du mal einen schmauern toll am Himmel mitverdienen. Wie mit Salat. So Leute, ich sag jetzt aber erstmal danke fürs Zugucken bis hierher. Ne, wenn's euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen. Ne, ganz ehrlich. Und wenn's euch gefallen hat, hier auf diesem Kors-Kanal, und ihr wollt nix mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss. Ciao. Harry.